Hm, hm, ja, ja. Moin Freunde, ich befinde mich am künftigen Cottbus der Ostsee, direkt am Einlaufbauwerk. Ja, und da der See erst in fünf bis sechs Jahren voll werden soll und heute das Wetter nicht so ganz passt, hier die Termintipps für den Monat September. Los geht es direkt am 10.9. und zwar in Cottbus im Stadthaus. Da gibt es wirklich die letzte Vermittlungsaktion nochmal vor dem Ausbildungsstart im Oktober. Also wer jetzt noch wirklich eine Ausbildung haben will, der guckt da nochmal rein. Arbeitgeber sind vor Ort, Arbeitsvermittler. Ja, und wenn was Passendes dabei ist, der hat ja nochmal Glück gehabt. Ansonsten weitersuchen. Außerdem gibt es in diesem Monat unglaublich viele Ausbildungsmessen in der gesamten Region. Ihr wisst Bescheid. Schon mal fürs nächste Jahr schauen. Da sind unglaublich viele Arbeitgeber mit vor Ort. Die haben Mitarbeiter dabei, die haben Azubis mit dabei. Ihr könnt Fragen stellen und Bewerbungsmappen checken lassen und euch ein bisschen ausprobieren. Wo genau, sage ich euch jetzt. Nämlich am 7.9. und zwar in Lönnewitz im Elbe-Elster-Kreis in der ehemaligen Werft. Am 11.9. in Lübbenau in der Tonhalle in der Otto-Grotewohl-Straße. Am 14.9. in Guben in der alten Färberei. Am 21.9. in Spremberg und zwar in der berufsorientierten Oberschule. Und da gibt es auch noch einen Film von uns vom letzten Jahr. Schaut mal rein. Und auch am 21.9. in Senftenberg in der Niederlausitzhalle. Und da bin ich dann auch. Oh, achso, ja. Ein Termin haben wir noch und zwar am 20.9. es steht wieder das Berufswald-Dinner, das Azubi-Dinner an. Dieses Jahr im Schloss Lübbenau, ihr kennt es noch, ich war im letzten Jahr dabei. Das Video verlinke ich euch oben nochmal mit rein und es war richtig cool. Junge Azubis aus der Gastro, Koch, Restaurantfachmann, Restaurantfachfrau, das Ganze natürlich auch im Weiblich, bekochen euch, bedienen euch, stellen euch die Berufe mal rundum vor. Ihr könnt dabei sein, nehmt eure Freunde, eure Eltern mit und meldet euch vorher unbedingt an. In diesem Jahr im Schloss Lübbenau, das Berufswald-Dinner ist auf jeden Fall richtig, richtig geil. Einfach nochmal das Video angucken, es hat super viel Spaß gemacht. Tolle Mädels, tolle Jungs. Ansonsten Freunde, kommt ruhig mal zum Cottbus der Ostsee. In sieben Jahren ist er dann auch sicherlich hoffentlich auch voll. Es soll ja mal der größte Seebrandbuchs werden, also es wird ein richtig geiles Highlight hier. Ja, bis dahin geht, findet eure Leidenschaft, kümmert euch um eure Ausbildung, gerne in der Region. Und ich gehe jetzt baden. In der Wanne.